ja liebe freunde bin wieder da nach zwei jahren und zwar ein autounfall im ersten jahr mehrere knochenbrüche und im zweiten jahr corona und somit geht's endlich mal wieder hier auf atalanta jetzt muss ich da hinten den weg zur kabine ein bisschen größer machen zu kajütte da man ist ein bisschen steifer geworden und so weiter und ich habe die tür verbreitet passend für mich es kommt wieder die nächsten wir ein paar schöne filme bis dann tschüss